Ah, Lyrik ist so anstrengend. Dir ist eigentlich egal, was der Dichter damit sagen will. So, ist schon wieder soweit. 21.03. Welttag der Poesie. Hallo, mein Name ist Nora Gommringer. Ich grüße aus dem Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia, dem Künstlerhaus des Freistaats Bayern in Bamberg. Mögen Sie Gedichte? Reisetipps von Jochen Missfeld im Band Mein Vater war Schneefugt. Reisetipps. Wenn du nach Zürich kommst, sieh dir keine Sehenswürdigkeiten an. Tu nichts, was dir dort empfohlen wird. Geh nicht nach Küssnacht. Kauf keine Andenken. Die Altstadt sei dir Wurscht und das Geschnetzelte lass die anderen essen. Setz oder stell dich einfach irgendwo hin. Für eine Zürcherin ein ganz wunderbarer Reisetipp von Jochen Missfeld. Die Gedichte sind schön. Versys. Wie ist身��از? Da geht es dir öffn. Musik.